Beim Hauptstadtfest in St. Pölten herrschte einen Tag lang Stimmung pur. Höhepunkt der Veranstaltung, der Auftritt der englischen Rock-Dinosaurier Status Quo. Einmal die wirklich hautnah mitzuerleben ist was ganz Besonderes. Da geht eine Aura, eine Ausstrahlung geht von dieser Gruppe aus. Es ist ganz fantastisch. Sie haben irgendwie etwas Markantes immer gehabt. Die Bewegungen und diese Gruves, das war Begriff. Es ist schon bemerkenswert, dass sich eine Gruppe über eine so lange Zeit hält. Es zeigt eben, dass es Kultgruppen gibt. Wir haben kein Erfolgsgeheimnis. Wir machen einfach, was wir immer gemacht haben, ohne darüber nachzudenken. Es macht uns Spaß und das ist möglicherweise unser Erfolgsgeheimnis. Unsere Philosophie, einfach weiterleben. Und zu anderen genau so zu sein, wie wir wollen, dass sie zu uns sind. Es ist für mich auch sehr interessant zu hören, aber einige Stunden, würde ich sagen, dann liebe ich schon zwischendurch einen Wechsel. Es freut uns ganz besonders, hier zu sein und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Er ist ein richtiger Profi. Er ist sehr professionell.